Mit Power BI und Datenfiltern haben wir die Möglichkeit, die riesigen Datenmengen zu nutzen, um klare und aussagekräftige Einblicke zu gewinnen. Datenfilter sind eine wichtige Funktion in Power BI und es gibt verschiedene Arten von Datenfiltern. Ich habe uns dazu ein Beispiel vorbereitet, an dem sehen wir uns nun die erste Filterung an und zwar den Seitenfilter. Dieser Filter wird auf der gesamten Berichtsseite angewendet und beeinflusst alle visuellen Elemente auf dieser Seite. Wir können diesen Seitenfilter einfach hier unter der Filterung erhalten und zwar gibt es hier den Bereich Filter für diese Seite und kann dort beispielsweise das Department hineingeben und kann hier etwas darunter entsprechend meine Filterung für diese gesamte Seite, für dieses Berichtsblatt vornehmen. Der nächste Filter ist der visuelle Filter. Dieser Filter gilt nur für die ausgewählte visuelle Grafik bzw. Element wie Diagramme, Tabellen oder Karten. Sie ermöglicht, dass Daten in einem bestimmten Diagramm oder einer Tabelle individuell angepasst werden. Dazu selektiere ich diese Grafik und kann nun hier unter Filter für dieses Visual auch wiederum das Department angeben und dort entsprechend meine Filterungen vornehmen. Ich löschte diese und dann gibt es noch den Datenschnitt-Filter. Dieser Art von Filter wird häufig im Bericht mit vielen Dimensionen verwendet. Es ermöglicht Daten nach bestimmten Dimensionen zu schneiden, um eine detaillierte Analyse durchzuführen. Wir können uns diese Grafik etwas verkleinern und diesen Datenschnitt hinzuholen, indem wir auf die Visualisierungen hier unter Datenschnitt entsprechend klicken und erhalten dort diesen Datenschnitt und kann diesen befüllen mit dem Department. Korrektur ist eines zu viel. Ich muss hier diese Grafik selektieren und Department. Nun kann ich mit diesem Datenschnitt entsprechend die Grafik filtern. Nun gibt es auch noch eine weitere Filterung und zwar die Top-N-Filterung. Wenn ich nun diese Grafik bzw. diesen Datenschnitt wieder lösche. Mit den Top-N-Filterungen steht Ihnen eine Filteroption bereit, um Top- oder Bottom-N-Werte basierend auf bestimmte Metriken auszuwählen. Sehen wir uns das wiederum hier an. Ich gehe hier auf Filterung und kann hier unter der Kennzahl Payrate entsprechend eine Filterung vornehmen. Und zwar gibt es hier den Filtertyp und diesen kann ich auf Top-N und entsprechend hier die ersten fünf nach Department anwenden. Und erhalte entsprechend die oberen oder auch die unteren Elemente. Die Kombination dieser verschiedenen Filtertypen ermöglicht es, Benutzern Daten auf flexibler Weise zu analysieren und gezielt auf die relevanten Informationen zuzugreifen. Mit Power BI und den vielfältigen Möglichkeiten der Datenfilterung können Unternehmen Einblicke gewinnen, Trends erkennen und bessere Geschäftsentscheidungen treffen. Bitte nicht vergessen diesen Kanal kostenlos zu abonnieren, damit ich noch mehr Videos anbieten kann und bedanke mich bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Vielen Dank.